Jager von da oben kann uns glaube ich nicht angeln, wenn dann sagst du bescheid weil ich hab' n EP er angelt.. Ja mal gucken wir seinen Anges jetzt an Jungs ich hab golden pick ich bin eh schneller Jungs hat jemand Jack O'Lantern dabei Ich hab grad überlebt Ich weiß nicht ob du siehst, aber Dave fliegt grade im Creative durch und macht alle Crissage Ich hab die Hunde gesen Ich hab die Hunde gesen Ja, ich geh noch weg, ich geh noch weg Ich geh noch weg, ich geh noch weg Ey, ich geh mal schnappen Ich geh noch weg, ey Ich geh noch weg Je weis Ich geh noch weg Yo, ich geh noch schnell Ich kann hier nicht Ich kann's nicht aufgehen. Lass mal schlafen gehen, Jungs. Ich werd sterben, ich muss MLG hittet. Ich hab MLG gehittet. Ich werd Dave so umbringen. Oh mein Gott. Ich werd Dave so umbringen, werd ich ihn create. Was wird denn da? Wir können hier von den Dings abbauen. So, dass es das Wasser nicht rausläuft. Hell yeah, oi. Jetzt krieg ich die Cuddle-Side mit den Erdblöcken daneben. Das ist fucking los. Finesst ihn aber gerade, eigentlich haben die Full-Aim-Bot. Oh mein Gott, oh mein Gott. So ausgefaked. So ausgefaked. Jetzt warte, er ist gar nicht bereit hierfür. Oh. Er hat, okay, er hat grad Nali kassiert. Er hat grad wirklich, er hat grad ein Ding kassiert. Ich hol mir hier einfach so drei Flaschen Wasser und X die alle weg. Ich wollt hier einkaufen. Hm. Ich find's so weird. So Sachen darauf zu placen. Das ist so fucking stupid. Komm mal bitte. Kannst du mir nicht erzählen, dass das hier nicht stupid ist. Das ist wirklich ziemlich stupid. Geil. Das ist wirklich ziemlich stupid. Ja. 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 Ja.